Alexandra Helm 101 Einhörner und alles, was du über sie wissen musst. Einhörner sind wunderschöne und zauberhafte Wesen. Aber wusstest du, dass sie auch sehr verspielt und lustig sind? Die Lieblingsspiele von Einhörnern sind Verstecken, darin sind sie besonders gut, das Angelspiel und Ringe werfen. Jedes Einhorn ist einzigartig. Das ist genau wie bei uns Menschen. Es gibt freche und liebe Einhörner, schüchterne und vorwitzige. Manche Einhörner können sich spannende Geschichten ausdenken, andere bauen kunstvolle Türme oder malen die buntesten Bilder. Aber eins haben alle Einhörner gemeinsam. Sie lieben Fantasie. Sie stecken selbst voller Fantasie und sie können Fantasie wittern. Das ist also ein kleiner Tipp. Je fantasievoller du spielst, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Einhorn neugierig wird und mal nachschauen kommt, was du da Lustiges machst. Menschenkinder wachsen im Bauch ihrer Mutter heran. Bei Einhörnern ist das anders. Denn Einhornbabys haben ja ein Horn auf der Stirn. Das würde die Mama in den Bauch pieksen. Auch wenn es bei Einhornbabys natürlich noch sehr klein ist. Eine Zeit lang dachten die Menschen tatsächlich, Einhörner würden in der Erde wachsen, so wie Kartoffeln. Aber das war dann doch nur Spargel. Nein, bei den Einhörnern ist es so. Wenn sich eine Einhornfamilie von ganzem Herzen ein Baby wünscht, dann wächst für sie eine Zauberblume. Diese Zauberblume bekommt nach ungefähr sieben Tagen eine Blüte. Und in dieser Blüte liegt ein wunderschönes, einzigartiges Ei. Du hast sicher schon erraten, was da drin ist. Genau, ein Einhornbaby. Manche Zauberblumen haben mehrere Blüten. Dann bekommt die Familie Zwillinge oder Drillinge. Die Hörner der Einhörner können sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt gedrehte Hörner, glatte Hörner, Stufenhörner und Krummhörner. Gedrehte Hörner haben die meisten Einhörner. Wie bei Menschen gibt es Rechtshörner und Linkshörner, je nachdem, wie herum das Horn sich dreht. Jede Windung steht für ein Lebensjahr. Glatte Hörner sind besonders glänzend, aber auch pflegeintensiv. Glatte Hörner müssen regelmäßig mit Glitzer poliert werden, damit sie schön bleiben. Stufenhörner wachsen, wie der Name schon sagt, in Stufen und sehen etwas knubbelig aus. An den Stufen kannst du sehen, wie alt das Einhorn schon ist. Krummhörner sind sehr selten. Man sagt, Einhörner mit einem gebogenen Horn stammen von den riesengroßen Urzeit-Säbelzahneinhörnern ab. Einhörner haben wie Kühe mehrere Mägen. In jedem Magen bekommt das, was sie gegessen haben, noch eine weitere Farbe. Darum ist Einhornkacke Regenbogenfarben. Einhornkacke ähneln immer dem Horn des Einhorns. Tiere mit gedrehten Hörnern machen links- oder rechtsgedrehte Häufchen. Bei Glatthörnern kommen glatte Haufen hinten raus. Stufenhörner äppeln unterschiedlich große Einhornäpfel. Und Krummhörner legen Würstchen in die Schüssel. In einen Einhornhaufen zu treten, ist zum Glück nicht so schlimm, wie in einen Hundehaufen zu treten. Das liegt an zwei Gründen. Erstens riecht Einhornkacke immer entweder nach Erdbeermarmelade oder Vanillekipferl. Wobei niemand weiß, warum. Und zweitens bringt es Glück. Trotzdem gehen Einhörner lieber auf die Toilette, wenn sie mal müssen. Aber nicht immer ist eine frei. Einhörner schlüpfen aus Eiern. Das weißt du ja inzwischen. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie ein Einhorn auf die Welt kommen kann. Die ist ganz selten und braucht einen besonders magischen Moment. Es kommt vor, dass sich ein Pferd oder Pony unendlich doll wünscht, ein Einhorn zu sein. So doll, dass es sogar krank vor Traurigkeit wird. Diese Tiere nennt man auch kein Hörner. Und es kommt vor, dass ein Einhorn gar keine Lust darauf hat, ein Einhorn zu sein. Es möchte lieber auf Pferdekoppeln galoppieren und Gras fressen und mit Magie nichts zu tun haben. Wenn sich Keinhorn und Einhorn treffen, können sie tauschen. Das Einhorn stupst mit seinem Horn die Stirn vom Keinhorn an und dann sagen beide dreimal diesen Spruch auf. Mein Horn ist dein Horn und dein Horn ist mein Horn. Aus Keinhorn wird ein Horn, aus Einhorn ein Keinhorn. Und dann vollzieht sich der Zauber. Dem Keinhorn wächst ein Horn auf der Stirn und beim Einhorn fällt es ab und wird zu Glitzer. Hast du schon einmal ein Pferd gesehen, das einen weißen Fleck auf der Stirn hat? Man sagt, dort war früher das Horn, als es noch ein Einhorn war. Wenn du mal nicht einschlafen kannst, dann denk einfach an ein Einhorn. Stell es dir genau vor. Wie sieht es aus? Denk dir auch einen Namen für dein Einhorn aus. Was frisst es am liebsten? Welches Spiel spielt ihr besonders gern zusammen? Je fantasievoller du dir dein Einhorn ausdenkst, desto wahrscheinlicher ist es, dass es deine Fantasie wittert und dich besuchen kommt. Aber Vorsicht! Vor Freude wird es sicherlich etwas Einhorn-Glitzer versprühen. Dann musst du schnell die Augen zumachen, damit du nicht einschläfst. Wenn du nicht auf der Stirn hat, Brian wirst euch heute SUR. Bei einer der internacionalen grat dang ist das! Wenn du nicht weiss, den wenigst ja Leon oder Dist Regularليpenopp PlayStation 4, Deine Mitte Wort. Für Therefore ist die Augen wir unten